Der Triple Spray Mop von Cleanmax. Wischen, trocknen und polieren Sie mit einem Gerät. Vergessen Sie das Schleppen von schweren Putzeimern und das unhygienische Ausfringen von herkömmlichen Putzlappen. Hören Sie auf, den Dreck nur zu verteilen. Und mühen Sie sich nicht länger ab, um mit Verrenkungen unter Möbeln zu wischen. Mit dem Triple Spray Mop von Cleanmax haben Sie dreimal mehr Wischfläche und dreimal mehr Saugkraft als bei herkömmlichen Wischern. Die saugkräftigen Mikrofaserkordeln garantieren beste Saugkraft. Und die dreifache 360 Grad Rotation sorgt für einen vergrößerten Reinigungsbereich. Die praktische Sprühfunktion macht einen schweren Wischeimer überflüssig und ermöglicht besonders perfektes Dosieren des Reinigungsmittels. Keine übernässten Böden mehr. Perfekte Vielseitigkeit. Sogar Kanten und Winkel werden mühelos strahlend sauber. Das Schmutzwasser wird aufgenommen und nicht einfach nur verteilt. Und mit dem ausziehbaren, flexiblen Teleskopstil reinigen Sie bequem und vor allem mühelos unter den Möbeln und an schwer zugänglichen Stellen. Ganz ohne Bücken. Ideal für die perfekte Nassreinigung oder das Staubwischen auf allen glatten Böden. Der Triple Spray Mop von Cleanmax. So einfach und schnell kann sauber sein.